Herzlich Willkommen zu den heutigen Lightning Talks. Ich fange jetzt mal an und werde ein bisschen was über Gravitationswellen erzählen. Wie ihr schon in diesem wunderschönen Bild seht, handelt es sich hierbei um zwei Pulsare, die umeinander kreisen. Dadurch, dass die allgemeine Relativitätstheorie mit dem Problem, das die Gravitation von Newton hatte, aufräumt, nämlich dass eine Veränderung der Position der Körper instantan dazu führen müsste, dass sich auch das Gravitationswellen ändert, hat man jetzt allerdings den Effekt von Gravitationswellen verursacht. Also in der allgemeinen Relativitätstheorie wird die Gravitation mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das heißt, wenn sich ein Körper sehr schnell bewegt, dann denken Körper, die weiter davon entfernt sind, dass dann wirklich die Gravitation so als wäre der Körper an einem anderen Ort als er wirklich ist. Und wenn dann zwei Körper umeinander kreisen, dann kommt es auch gerne mal zu dem Effekt, dass sich dann eben, also dann bildet sich, also aus, also ich denke, wenn man sich das hier anguckt, kann man sich ungefähr vorstellen, dass sich so diese Gravitation ausbreitet. Die Korrelation ungefähr erkennen hat? Ja. Okay. Äh, genau. Und Gravitationswellen haben einige Eigenschaften, die man dann versucht zu messen. Und es gab bei der Entstehung des Atommodells bereits, also das ist jetzt das Wasserstoffatom, äh, den Fall, dass man dachte, dass Elektronen würde und dass Proton kreisen wie so ein Planetensystem. Bis man allerdings festgestellt hat, dass das dazu führen würde, dass Elektronen, die ja elektrisch geladen sind, abstrahlen. Und abstrahlen die Elektronen, äh, verlieren Energie, weil die eben durch die Kreisbewegung Licht abstrahlen, verlieren Elektronen Energie. Das hat man dann, ähm, ähm, äh, Borschen Atommodell aufgeräumt, das Problem, sodass das nicht mehr auftritt. Äh, ähm, beim Planeten trat das Problem auch nicht auf, als man noch keine Gravitationswellen hatte. Jetzt, wo man Gravitationswellen allerdings hat, werden durch diese Gravitationswellenabstrahlung auch, wird auch Energie abgestrahlt. Und genau diese Energieabstrahlung kann man dazu nutzen, um Gravitationswellen indirekt zu messen. Und dann hat man vor irgendwie 30 Jahren zwei Pulsare, die man hier sieht, gefunden, die sich umeinander kreisen. Und die Rotationsgeschwindigkeit, äh, hat man halt vermessen. Und über die Jahrzehnte ist diese auf diese Art und Weise abgefallen. Also beziehungsweise, äh, nicht die Geschwindigkeit, sondern die Zeitdauer der Rotation ist halt kleiner geworden, weil die näher aneinander gekommen sind, dadurch, dass eben die Energie, die weit voneinander entfernt fällt, äh, ja, abgestrahlt wurde. Und dieser Plot ist der erste Nachweis gewesen, dass es Gravitationswellen wirklich geben könnte. Es ist allerdings nur ein indirekter Nachweis, weil man die Gravitationswellen nicht selber gemessen hat. Wenn man die Gravitationswellen jetzt allerdings direkt messen möchte, dann muss man sich diesen Effekt, äh, zugrunde machen. Das ist natürlich sehr übertrieben stark dargestellt. Und zwar muss man sich vorstellen, dass jeder dieser Punkte halt an einem Ort ist. Und wenn eine Gravitationswelle kommt, dann bewegen die sich so wabend, wie man das jetzt sieht. Um Gravitationswellen zu messen, muss man dann einfach nur Abstände von voneinander entfernten Punkten ganz genau vermessen. Und dann findet man vielleicht irgendwann Gravitationswellen. Diese Vermessung wird heutzutage mit Lasersystemen gemacht, die zu einem Michelson-Interferometer verbunden sind. Und einem Michelson-Interferometer, da hat man einen Laserstrahl, der in zwei Substrahlen aufgeteilt wird. Also der Laser ist jetzt auf der linken Seite. Und der Spiegel ist in der Mitte. Und ein Laserstrahl wird halt nach oben abgelenkt und der andere wird nach unten abgelenkt. Äh, ne. Der fliegt halt durch, der wird nicht abgelenkt. Beide werden wieder zurückgeschickt von Spiegel. Und dann wieder abgelenkt, beziehungsweise durchgelassen, sodass sie unten auf den Detektor auffallen. Und dort sieht man dann halt Interferenz. Und anhand dieser Interferenz, äh, die jetzt genauso aussieht, wie man das hier sieht, äh, kann man halt die Längen vermessen. Und zwar, wenn dann eine, ein so ein Ring verschwindet, äh, oder auftaucht, dann ist das genau einmal die Wellenlänge des Lichtes, das verwendet wurde. Und auf diese Art und Weise kann man dann auch über sehr große Entfernungen sehr genau Längenänderungen vermessen. Und genau das wird auch bei Gravitationswellen eingesetzt. Man hat allerdings bisher noch keine auf diese Weise gefunden. Wie hält man denn beim Spiegel auf? Du misst ja den Abstand vom... zu den Spiegeln, oder? Also man misst, äh, im Prinzip nur die Änderungen des Abstandes. Das heißt, der Abstand am Anfang ist völlig egal. Du musst ja die... es geht ja doch um die Lichtquelle und den Detektor und den halbdurchlässigen Spiegel kannst du ja relativ nah bei dir haben. Und die beiden anderen Spiegel packst du irgendwo möglichst weit weg und möglichst große Strecke zu haben, wie du misst, oder? Ja. Gut. Und wie hängt man die Dinger dann auf? Die packen wir irgendwo hin. Man muss nur eine gleichmäßige Linie haben. Ja gut, auf der Erde würdest du dann Erdbeben messen können damit. Dann würdest du merken, ob die Erde dazwischen wackelt. Okay. Ja, zum Beispiel. Das sind dann Effekte, die man misst und die man eigentlich rausrechnen muss, weshalb man solche Detektoren an mehreren Orten hat. Und wenn dann die zeitlich korrelieren, die Schlankungen, dann weiß man, dass das eine Gravitationswelle ist. Denn von Erdbeben kennt man die Ausbreitungsgefündigkeit und die kann man dann herausrechnen. So, das war's jetzt auch. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Also nachgewiesen ist noch gar nicht so oft. Es ist nur auf diese Weise indirekt was nachgewiesen. Das wo halt Voraussagen des Energieverlustes exakt mit den Beobachtungen beeinstimmen. Da gibt's halt einmal diese beiden Pulsare und dann noch zwei schwarze Löcher, die umeinander kreisen. Wo dieser Effekt noch deutlich stärker zu sehen war. Das heißt, die Existenz ist sehr wahrscheinlich, weil man eben schon diese indirekten Messmethoden auf diese Weise was nachgewiesen hat. Aber man möchte halt jetzt gerne auch hier voraus mitbekommen. Gibt's denn Vorhersagen darüber, wie stark dieser Effekt sein müsste? Und ob denn das überhaupt stark genug ist? Also hat man, um das dann mit den Interferometer irgendwie zu detektieren? Oder war da nicht alles? Das hat man schon so ausgerechnet für die Interferometer, dass das ungefähr passt. Also es gab in den 60er Jahren schon mal eine Methode das zu messen, die nur bei sehr sehr starken Sachen angeschlagen wäre. Die wahrscheinlich eher quasi nicht auftauchen. Man hat zwar damals sogar ein Ereignis gemessen, allerdings reicht ein Ereignis nicht aus, um irgendwas nachgewiesen zu haben. Weil das war doch Zufall gewesen. Also diese abliegenden Punkte dort müssen ja nicht irgendwie statisch verbunden sein. Wir müssen einfach nicht irgendwo sagen. Wir müssen einfach nicht irgendwo sagen. Also wenn das Ganze so groß wie das Sonnensystem ist oder so irgendwo im All antworten. Wenn man das Geld hat, kann man das machen, ja. Ja, die Amis haben doch unendlich viel. Ja, also es gibt durchaus Pläne, dass man Kavitationsmeldetektoren als Satelliten... Also dass man Satelliten halt dazu nutzt, um sowas halt zu vermessen. Es gibt solche Überlegungen, aber die sind noch nicht gestartet. Was für Dinge wären denn das, die uns nah genug, die der Erde nah genug kommen, dass man deren Gravitationswellen hier messen könnte? Ja, das sind in der Regel immer Doppelstellen, die man am ehesten misst, weil da der Effekt am größten ist. Beziehungsweise, wenn supermassive schwarze Löcher direkt nebeneinander sind und sich umkreisen, dann wäre wahrscheinlich egal, wie weit die weg sind, der Effekt immer noch am Stärz. Aber die kann man ja dann gar nicht direkt durch diese Gläser anhanden messen, oder? Doch, sie verzerren den Raum. Genau. Ach so. Sie verzerren komplett den Raum. Und wenn der Effekt dann auch hier noch stark genug ist, dann könnte man das eventuell messen. Das ist der Plan. Und was für eine Energieform wäre das, in der das abstrahlt? Also, die Idee ist, die völlig hypothetisch ist, dass es sich um Quasiteilchen handelt, die man Gravitonen nennt, in der die Energie vorliegt. Gravitonen sind quasi das Äquivalent wie zu Photonen. Bei Photonen, da kennt man ja auch, also die elektromagnetische Wechselwirkung, die wird ja durch Photonen übertragen, durch Quasi-Photonen. Und die elektromagnetische Welle, das sind dann die messbaren Photonen. Und so denkt man sich das bei Gravitonen auch, dass die durch Quasi-Gravitonen übertragen wird. Und das, was man dann wirklich messen würde als Welle, das wären dann die nicht Quasi-Teilchen, sondern die real existierenden Gravitonen. Aber die sind Bleeding-Edge der ganzen Teilchenphysik und noch absolut nicht detektiv. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Higgs-Poson gefunden wurde größer. Die liegt ja ungefähr irgendwie bei 39 Prozent bei dem Higgs-Poson. Damit das gemessen ist, muss man eine Sicherheit haben von 99,999 Prozent, dass das wirklich dieses Teilchen ist. Also wirklich auf sechs Stellen genau. So. 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 Vielen Dank.